wir spielen jetzt die mission triggert okay ach ja dankeschön für deine hilfe noch mal du hast ja in den kommentaren allerdings in der readme datei geschrieben dass dass ich meine kompatibilität auf windows xp und so stellen muss ich habe das jetzt mal noch nicht gemacht weil ich erstmal noch auslösen möchte wenn es jetzt nicht abstürzen wird ja okay dann gucke ich später noch mal nach ob das ich werde später meine kompatibilität mal ändern mal gucken vielleicht wird das helfen und geiles intro was du da by the way noch gemacht hast okay nosy und niklas hier am stüssel okay ich könnte mal sagen let's go triggert oh nein schau keinen erträgter diese auf der wasser von gaming lab das weiß ich das weiß ich hat die auf der wasser von gaming lemon genommen das weiß ich das weiß ich weil ich kenne die folge der zeit bringt mir aber viel bei total so was läuft jetzt hier eigentlich lasst mal zur wasser fahren hast du wieso hast du eine rampe gemacht da ist doch außen um ein weg war zum stinken war sie ja ich denke willkommen zu san andreas am cg von rosen landen in den angst der ganzen wäste in Los Angeles neighbors get no sleep beat when anybody could beat the people police all g's with green braggen from him blasted man strats that's all g's Was wollen diese Arschgeigen? Was machen denn Ballers bei meinem Haus? Naja, ich akzeptiere Ballers. Aber nicht Ghostsweet Boys. Dummer Ballersstopp. Weißt du komm raus. Du kommst von deinem Verbrechen nicht davon. Was zum Teufel hab ich gemacht? Ruhe jetzt! Bad Ass! Bad fucking Ass! Tötet die Ballerstoffe. Mit Vergnügen. Tötet die Ballerstoffe. Tötet. Tötet. Kommst du? Danke. So, let's do this shit. Okay. Auf zum Nutten-Shot. Oh, geil! Das ist genau der Stuff, den ich brauche. Nice! So, da sind wir. Geh ein paar Vasimils besti- Oh yeah! Nice! Zwei Vasimils. Oh, was macht Wallik denn hier? Was denn Teufel macht Wallik Jule denn hier? Gerne! L-Lol. Ähm. Lecker. Okay. Gut, dass ich respawne. Wieso wurde ich umgebracht? Ich bin nicht Kenny aus Taufbach oder so. Was geht mal? So lange nicht mehr gesehen. Okay. Ralf geht einfach in die zivile Bevölkerung einfach nur so. Also. Also. Mir geht's gut. Was macht's? Ralf geht einfach mit einer Sniper in der Bevölkerung. Okay. Du musst aufpassen. Wallik will dich essen. Wallik? Wallik? Wallik! Nicht Wallik. Schweizer Synchro-Porno. Nice! Mmh. Ja. So lisse. Geil. Oh. Ja. Hol normal. Nehmen normales Mull. Ja. Hm. Weil nur. Hau. Ah. Nioh. Ach. Was ist das? So geil. So geil. Oh ja. Schlecht. Oh ja. Oh ja. Was das jetzt? was ich eigentlich sagen wollte das was ich nicht haften bleibe das was nicht haften bleibt was was hat auch kommen er ist ha 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 das reicht doch schon was geht boys nur schlägen der läppel und Nichts weiter, bei dir so? Ich geh jetzt Puff Daddy aufmischen. Gute Idee. Gute Idee. Geh zu Puff Daddy, steig bitte dann aus. Äh, lol. Okay, noch Signal Apple. Steig. Eine Signal Reception. Yeah. Was macht denn Puff Daddy da hinten? Okay. Hat Puff Daddy nicht eigentlich schon einen anderen Skill? So, nun wirst du Freestyle auseinandergenommen. Schnabbeltier, Abel. Was? Wie du willst. Puff Daddy hat, na, na, stand. Den werde ich später vorstellen, by the way. Das Battle beginnt. Es ist der Boss-Tanzverbot, was wollt ihr? Ich bin in der Lage, jeden auszunocken. Ihr wolltet alle einen diss-track. Gegen Tanzverbot, ach nee, gegen Monta. Montana Black ist nicht mehr relevant. Ist das Gott, das Goat? Ich will, dass ich mir mal einen Scheiß drauf. Alles, was ich gerade von mir gebe, ist motherfucking Freestyle, Mann. Jetzt streng ich mich mal ein wenig an, um dich auseinanderzunehmen. Also dann übelst du dir ein. Und dann übelst du dir ein. Die Leute kommen zu mir und labern mich jetzt voll mit diesen Zahnlüfen Johnny Scheiß. Deine verkiffte Birne hat... Okay. Okay. Yo, der legendäre Superbattle Saiyajin, sie nenne mich den gelben Song, Goku, komm mit dem rosa, den Weg geht, alle meine Gäckis, aber testet den Planeten, nachdem ich dein Standard bett erlegt. Hol deine Kollegin, lass dir helfen, doch, das endet nichts daran, dass ich der Schwamm im Bett schläge. Wie willst du gewinnen, mal du Lappe, willst du nicht an meinen Augen auf meine Katastrophe gerät. Ich dachte irgendwie, vielleicht könnte auch so was wie das, der Geist, aber auch noch Spons. Das war's. Okay. Okay. Mein Auge hat angefangen zu tränen, deswegen. NoSignalAble gewinnt. Alter. Seit wann ist NoSign- Es wurde gelüftet, wer Spongeboss ist. NoSignalAble. Gut, dass das jetzt erledigt ist, gehe ich mir meine Bitches wiederholen. Oh, das war so schön, dass mein Auge angefangen hat zu tränen, oh mein Gott. Fahr heim. Nice. Okay. Dann fahren wir jetzt nach Hause. Nice. Let's do das. Dann fahren wir jetzt mal gemütlich nach Hause. Was? Niklas Träumer! Jetzt kommt der Platin! Was? Niklas Träumer! Jetzt kommt der Platin! Ich bin jetzt mal gern geworden. Dafür werden wir deine Mutter ermorden. Oh, Daniel! Mann mit Vasitor! Und, Niklas Träumer ist Pilot! Ja! Ja? Oh scheiße. Nein, Daniel, die Zoomer-Pilow. Nein, Niklas-Server wird nicht mit mir zusammen einen Bodentrupp machen. Daniel kann besser schießen. Was? Du hast echt cool. Der ist nicht da, das ist Rossantos, so ungebildeter Lachen. Mäh? Wir haben Fessen bekommen. Niklas-Server geht nicht auf jeden Fall. Ich hoffe, du weißt, dass alles Spaß war, ne? Wieso? Keine Ahnung, gefilgt war ich. Das war so geil. Mann, siehst du, das meine ich. Ihr crasht mich schon die ganze Zeit. Wiederholungsbedarf. Wiederholungsbedarf. Hält doch nen Lunen-Schneider, darf das? Wieso aber fährt doch die Oma? Alles klar. Gold auf Silber von Silber auf Bronze. Alles klar. Alles klar. Vielleicht die Finale. Hä, 0? Achso. Er ist zufrieden mit 50.000. Alter. Okay. Ich bin nicht so Geldgeil wie du. Du fette Sau. Ich bin nicht so Geldgeil wie du. Du fette Sau. Oho. 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 What the fuck? Was stand da gerade? Ne, ich bin raus. Oh, lol. Oho. Aua. Das kam so geil gerade. Jetzt gibt's Anti-Bärte ins Gericht. Das kam so geil gerade. Ja, war sie zu. Bin ich so Geldgeil? Du fette Sau. Das kam so geil gerade. Haha. Das war so nice. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott! Es kam so geil, Alter! Ach du Scheiße! Das war grad so mega nice einfach. Okay. Und auf dem Motorrad, danke. Okay, da sind wir. Geh zu Hause zu. Warst du, wo bist du? Oh, come on! Das ist nicht meine Wohnung! Such quasi zu. Das ist nicht meine... Hallo? Hallo? Oh, mein Equipment steht dort. Nice. Oh, hallo! Oh, hallo! Muss schon lachen. Hey, weißt du, ich habe ein Geschenk für dich. Lass mich raten, ich muss mich töten. Was denn? Peinliche Stille. Anti-Beta-Bitch. Falls du es nicht gecheckt hast, ich meine es nicht ernst. Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich meine... Ich habe es auch nicht ernst gemeint. Weil in GTA heißt auch... Ach sooo... Ach sooo... Ne, ne, keine Sorge, ich habe es schon gecheckt. Kein... Kein Step, mein Gott. Ich weiß, dass das Spaß war. Und wieso hast du mich überfahren? Wieso hast du die Oma überfahren in GTA Online? Wieso lebst du dann noch? Tatsache? Scheiße! Jetzt ist sie tot! Nice. Nice. Mission Design bei Niklas drin. Oh, das Lied! Scheiß auf Copyright. Fuck you, Gamer. Du bist Babe, Dad. Du kannst nichts gegen mich tun. Okay, ich glaube, wir überschwingen das... Bevor wirklich mal das Video gestrikt wird oder so. Keine Ahnung. Mission Affiliate. Aber Miss Back Bitches! Fuck yeah! Okay, Niklas selber. War eine einzige Mission jetzt. Aber die Mission hatte... War geil! Es war wirklich geil. Und ich habe jetzt keinen einzigen Fehler bemerkt jetzt hier. Während der Mission und so. Außer halt das No-Signal-Able, dass du in ein Ektor dort nicht geheilt hast. Aber... Das sind immer so diese Kleinigkeiten. Die kann man immer wieder verbessern und so. Und ja. War kreativ. War lustig. Du hast Sounddateien hinzugefügt und war geil. Also hast du wirklich gut gemacht. Man hat gesehen, du hast Arbeit reingesteckt. Und... Ja. Damit würde ich sagen... Das war es schon mal von der letzten Mission für diesen Mittwoch. Und wir sehen uns am Sonntag zu den nächsten... Die letzten zwei Parts von Godless Goat, glaube ich. Oder vielleicht Part 2. Mal gucken. Und ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Schreibt in den Kommentar, wie ihr die Mission so gefunden habt. Auch von Godless Goat. Und ja. Wir sehen uns... Am Sonntag wieder. Bis dann.